es ist ja heute was geht da muss man am Start holzen wieder es geht und ja es sind dabei ich weiß es nicht wie viel es sind aber sagt mal hallo und stellt euch mal vor servus hallo Regen die Rolle alle durcheinander alle 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 ganz alle alle ganz liebe Jungs die können wie sie keine Fliege was zu leiden tun Wolff Rappel Kant können die Stelle aber springen aus ganzer Laufenschlüssel Prozent ich weiß auch noch 7.000 Meter also da gibt ein schönes Video so kommt man zu mehr fiel wenn es auch wieder bald hat ja auch um vierten Baum folgt ihr einfach dem Baum gerade auch dann dreht ihr euch ein Baum Baum wenn wir die Papier das ist ein rotes Auto nochmals rotes Auto ich darf nicht boxen in der Welt ist ein Geldes Auto Geldes Auto um in unserem Team eigentlich zwei Survivor ich habe irgendwas falsch gemacht naja einmal ein Schlumpfgesicht und einmal naja aber schlumpf nie klasse das Schlumpfgesicht warum hockt ja nicht der möchte zu dritt nein der Junge das ist das Schlumpfgesicht und aber schlumpf macht diesen Heli nicht wieder kaputt ja 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 ich bin wirklich der Welt und müssen wir zurücklaufen ich bin wieder zurücklaufen hey wollen wir alle rausspringen über dem Meer fiel sind ja das muss man machen ja wenn der Heli wenn der Heli Pilot rausspringen ist ein bisschen Panne alter ja das wäre ein bisschen kritisch ja hui oh ne oh ne ich mach auch mal mit komm mal raus oh über uns ist das Leben ich hab neun wollte ich voll über uns ist das Leben bleibt ein Gunner drin ok ein Gunner haben mit Rind ja wer gibt das Kommando wenn wir rausspringen ja wenn wir hoch genug fliegen springen wir einfach alle raus das passt schon ich würd sagen ich würd sagen die Pilot gibt das Kommando einfach wie hoch müssen wir ja äh über 80 Meter ja also ja ich brauche gleich mal ein Bloodpack weg gib mir ein Bloodpack ja das brauchst du ein Bloodpack man findest du krieg schwarz ja ich bin nicht fest ich bin vor allem beim Ausspringen am Baum hängen geblieben weil hab ich geblieben oh du hast essen du hast ein Blinken raus du kriegst mein Blut ok vom schwarzen ich brauche mich überhaupt raus verdammt wir sind gleich da nee das war auch ein Wack oder so ja du gibst Kommando Jonas ja ok dann ich will nicht direkt über dem FW drauf springen ich hab Angst Feel free to jump was free to jump ja das heißt wir können springen oder was ja klar ja ja oh 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 mein Gott oh mein Gott also irgendwie ist jetzt kein Gunner-Man wenn aber ok ich sag doch Gunner raus ey das ist ein Heli-Frag wo oh da läuft ein Neger unten da läuft oh ne war doch kein Neger das ist von mir das läuft echt ruhig guck doch mal wir sind bald die Jürgen Jäger das ist so bau 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 das ist aber so wie die Frage das herabsegeln ja auch schlafen das steht neben mir das bin ich wahrscheinlich guck da sie sich schießt ja schießt wer schießt wer weiß ich recht war's grad du nehm du nehm du nehm den deutschen Skin hier guck mal da hinten da ist ein Auto wir werden mir von rechts geschossen gib mir gib mir mal ein Blatt weg bitte wir werden von rechts oder von links beschossen von rechts irgendwo einfach wenn mir irgendwas knallen gehört wenn er im Schuss war warte er zum Thema Feuerwehrgebäude woher wollen woher war es so machen hier sind ja kleine verschiedene Türme und wir gehen dann auf die einzelnen Türme oder wie da du hast mir schon Blut gegeben danke Alter wer kommt da so ganz langsam runtergesiegelt ja ich ich chill hier Dankeschön du 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 A. B. G. S. Es können Leute hier sein. Und ich kämpfe mich jetzt in meinem Turm. Und ja... Ist hier überhaupt mal was los, oder? Ich muss mal Feierwache. Wir hätten eigentlich bei den Baracken rausbringen sollen. Das Feierwache sieht leer aus. Wie so sieht das Auto von aus kaputt. Was die Autos wie heute Mittwoch. Da waren wir auch schon da. Jaja, aber der Lund dürfte nicht derselbe sein. Ich weiß nicht, wie sind die durchgelaufen. Wir haben so viele Samy zum Arsch. Dann wisst ihr aber schalten und schießen, wenn es notwendig ist. Ich hab doch eine M9SD. Willst du da? Wir haben fünf Magazin hier, glaube ich, für die M9SD. Ich auch. Sechs Magazin. Glaubst du mal auf welchem Rucksack? Ihr guckt euch um mich gewollt wieder Rücken, der kommt. Auf in die... Hat er vielleicht schon mal irgendwo da gehört. Hast du gehört? Rotor. Wer ist da unter dem Turm gerade? Das ist unser Heli, der fliegt. Ich hab hier übelste Frame-Einbrüche. Ja, hab ich auch. Der Server ist so scheiße. Ich bin auch noch 8 in Frames. Boah, er trockelt hier übelst. Ja, ich hab grad mal so 19. Schnell ins Gear. Schnell ins Gear. Schnell. Nix red. Der Server hat so eine scheiße Verbindung. Alter. Der Host hat bestimmt... Nix im Scheiß-Server. Ja, trotzdem. Der Server hat bestimmt so... Der Host-Halter hat bestimmt so... Bambus-Leitungen. Ja, der... Der Ping ist doch ganz gut, aber... Ja, warte... Guck mal... Mein Ping... Mein Ping ist auch ganz gut. 58. Hallo? Ja, wie gesagt... Ach, der liegt an unseren PCs. So richtig nie gar nicht. Ja, mein... Mein PC. Ich hab'n'n gegeben, mein PC. Ich mein'n'n ist ja kauft. Aber das ist armer. Das ist einfach so riesige Map. Ja. Die Map dürfte weniger Probleme, denn das war dauernd spawnt. Das muss eine feste Spawnzeit sein. Also würde... Also würde... Würde Youths dann weniger ruckeln, oder was? Ja. Das müsste man hier auch. Also, die meisten Server muss halt nicht lecken. Das sind die Spawnzeit immer wieder nach dem Miestart. Ja, wenn man da hinfährt, spawnt hier. Die müssen halt Dreck machen. Wenn du dich einlogst, ist alles gespawnt. Dann bleiben die Zombie schon da. Ja, der ist ja gar nicht immer auch kaputt. Fürs mit dem. Sind die jetzt alle. Ich bin da, wo der SPV steht. Ja, ich bin auf dem Feld und guck mich drauf, wenn es... Es ist einer von euch gerade in der Feierwache oder so. Ne, wo bist du denn? Ne, ich mach hier einen Rückenbecken, ich mach mich zurück. Ich bin hier auf den Punkt. Wir spielten, aber... Ja, so. Ich bin bei euch, und trotzdem hier warum. ich gebe an die Feuerwache, bzw. wenn die Feuerwache ich seh dich ich seh dich da hinten so ey guck mal da ist ein Schaf hier liegt ne M4 1 TCO haben wir du bist das in der Feuerwache und der rennt da gerade um die Feuerwache herum mit der Arne, das ist das der Meilenblatt weg boah alter ruckelt das hier heftig ich das Schlimm so in der Fall abknallen er braucht es nicht wenn wir jetzt schießen da kommen mit 1000 Zombies Nürnstel nur nur schießen oder es geht aber auch die Krieg-Zombie besuchen das nicht wenig ja 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 ich bin ganz 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 viel zum Besuch jetzt geschossen das war wahrscheinlich der mit dem Kassen für sich so hier muss ich jedoch viele hier aufs Landkreis wie es reichen für die Niederlage so um die Gäste für uns zu tun von Reifen so und so mit Marken mit mir in Reifen komisches können immer mehr vieles das Schulter hier zu ruhig auch schon wieder Angst hier da stehen da stehen rotes Auto in den Angas Naja, das ist aber kaputte Fehl und Reifen, wir hatten da auch Ne, das stand aber voll warm, das stand hinten bei den Baracken vorher Ne, ne, da war auch eins vorher, ich bin auch gewesen, das stand auch in den Hangars drin Jo, ja? Da war genau so eins, Jo Das kann ich mal nachher zu den Baracken latschen, vielleicht liegt da wieder was interessantes Oh, die scheiß Zombies Da haben wir ja Munitions- und Helene zugefügt Da sind Motorrad, darf ich das abschießen? Da haben wir abgeschossen Das war unser altes Motorrad ne Ich gehe mal Ich schieße mal den Sieger ab hier so Da hinten ist Warte, ich schieße mal den Sieger ab hier so Holiday in dem Baracken latschen Ja, wo gerade der Jules über mir Zombie, Zombie, ein Mensch, geht da jetzt rein, kein mehr, ist da noch ein Bortschützer drin Luther mal den Sieger da, Luther mal den Sieger da nicht als er dass ich jetzt Brotschütze betreut aber auch in der Welt auch weiter er hat aber nicht nur sich über die Mauer der Werner Westerbessler spielt er hat und wird abgeschossen steckte aber das war das Wort bei der Europäer aber so schützend ist guter nicht weit hinten bin jürgen schütteln ich habe zum Heli 2000 Pepsi die als er mir hat mehr er ist aber aber es tut mit dem juli ich nicht das ist wirklich eine das ist unser ich habe ein Ziel erschossen kann die war eine das Fleisch aus dem nein warum wo ist nix und noch immer jetzt werden können wir ihnen jetzt weg spät ablässlich denn er hat auch zu schlusswort es liegt jetzt weg oder und es liegen jetzt wieder hause eidig wieder gar nicht und der grundsatz er überlegen die morgen zum ersten mal im Norden fliegen und gucken was da neuerlich das war aber zu dir die es lief mir auch nicht ehrt wird auch nur weil ich die unverantwortlich weil er so will wieder mehr eingeschlagen ein heiler und lief der fröhliche wie wie und nicht mehr wer mit dem ich halte ein schwarzes Schaf und mit gut er hat sich in Black Ops für die Blüte und Sack und es war auch nicht gescheitert waren wundert dich nur ich war mal weil ich will auch vor allem und die Autofahrer Prozent er wird in der Brüder und Abbrüder das war ich habe ich bin gerade dabei gibt es werden zu überreden wir kommen zu euch und er die Räume ich kann das zu den Gericht wenn es muss man denn die unsere Juli und er hat er hat ein Quart-Bike wenn er ein Parkplatz liegen einig was liegt liegt an der Flieger zurück oder was ich war aber hier zum Erdmützungen an der Welt ja dann nimm mich mit bitteschön die holen uns jetzt erstmal ab um halb acht mal was essen geht hey hier hinten bin ich ich bin hinten bei dem Turm da auf der anderen Seite des Elfils der steht hier hinter mir ich ich wollte gerade sagen ich bin da hinten bei dem Turm auf der anderen Seite des Elfils der Wittel von jedem kann man gut auf die Züge schießen, die wir auch noch nicht weil er recht so ein bisschen hinter uns oder wo seid ihr jetzt ich bin hier ich bin auf der anderen Seite des Elfils also hier wo dieser eine Turm ist und ein paar Häuser also gegenüber den Hangars die Seite ich komm zu einem Heli lande mal da wo du bist ich fliege jetzt gerade auf dich zu oder? ja ja machst du siehst du mich? ja die rennen da rechts ja das haben wir an der Backe ja super ich bin da ohne fliegst du ohne Hover? ne du landest mit Hover ne? nein ohne ach so ach so das ist wir fliegen halt zum ersten so bin ich alle drin die Schweine war und man hat auch immer 30 Jahre von mir weg nicht was man kann es war heißt dass die Zolle weggemerkt der will hier jetzt wegfliegt die die Jörg äh stopp 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 was? er hat er ist eine Rolle aber wieder dreißig Jahre alt ein Mann rechts höchst da aus dann werden dann dürfen aber auch im Dorf so klar mein Gott wieder 20 Jahre und er hat waren oder mein Gott als er will sich wieder kaputt gemacht der Wald draufgegangen ja ja schnell erhöhlen aber weil ich so stresse und beschwerde der jahre und weglande jahre und weglande war schon auch mal ein rotes Jahr über die geleckt muss bei mir die ganze Gegend dann fliegen wir zum ersten recht ist das das ist das oben da was man hier ist auf dem oben in Norden oder er er hat die Oberlinie recht bei Krasten wir sitzen hier bei mir mit in der Mitte Prozent wozu ist das nicht der Schmerz aus dem Jahr er hat er sich aus mit der Ablinie Euro ich habe sogar markiert Ich sehe gerade, der Schwarze sitzt hinter mir. Ne, 8000 Meter, 18800. Wenn dann zufällig jemand noch einen Wrack sieht, bitte. Bitte vorbeiflühen. Seh eins, da fliegt dieses Flugzeug. Fliegt nicht Wrack. Das fliegt dieses Flugzeug. Da witz. Ich kann auch so viel niemanden tragen machen. Neben mir sitzt ein Bandit, der tut so, als ob ein dicker Eier hat. Lol, out of the end. Da bin ich. Siehst du doch, ich bin kein Schwarzer. Das muss ich dir mal nennen. Nur Danko, wie die andere Seite dran sitzt. Ja. Die Ratte in der... Das ist die deutsche Flanke, liebe Kinder. Nimmst du noch einmal auf, oder was? Ja, logisch. Ja, logisch. Die Zuschauer dürfen nichts verpassen. Da freut sich wieder mein Computer beim Rendern, weißt du? Die müssen auch ein bisschen beschäftigt werden. Ja klar. Ja klar. Vor allem wird hier nichts gekattet, nichts geschnitten. Ich hab zwei Terrarbein zu festgemacht, ja. Was soll's. Was? Ey, nicht mal Freibier gibt's jetzt hier auf dem Flugzeug. Freibier! Hey, ohne Witz, wo ist der Kühlschrank hier in diesen Hubschrauber? Ja, wo ist die Biel? Wo ist die Münchner? Ich nut das aus, halt, wenn irgendwas kühl haben will. Wo ist das Kühlschrank, wo ist das Bier? Ihr wollt grad sagen, komm, lass uns paar Karten jetzt zwischen uns legen, ein Bierchen und können wir eine Runde zocken, wir sind nicht viel. Das ist so, was wir brauchen, wir brauchen jetzt die Öle. Wir brauchen jetzt einen Runde. Wir brauchen uns hier ja so. Wir brauchen uns jetzt zusammen auf dem Herzen. Wir brauchen uns jetzt noch mal auf dem Herzen. Wir brauchen uns jetzt nur so wie Patrücken so dreißigmal ein Auto quetschen. Prozent St. St. Zuhörer und Musikverlaufdrehen ja wie bei New Kids Alter Prozent Prozent er hat sich nicht so was zu posten und er ist die Schieden vor ich erst mal und um den Zieler die Begründung so erläufe ich würde ich würde sagen wollen wir wieder rausspringen? ist mir egal ja los wir springen wieder alles klar ich muss wieder höher fliegen wie viel? was? 100, über 100 ja ok auf 3 1 ich bleib mal drin alles klar ok 1 2 3 3 jihaa wir sollen ja rausspringen ja und 4 drin und da ach ist ja noch einer da komisch mein Fallschirm öffnet sich irgendwie früher so ist wie in der rechten Seite ich bin dann in dem letzten Hangar jiiiiiii wenn du so links fliegst kann ich ja nicht dahin zielen jo was wollen wir jetzt machen wer kommt mit den Tauern wer kommt mit den Tauern ja wird schön und sitz hier hin ja noch holz 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 bei der sie müssen dann so eine Schießschall fügen an uns sitzen alle am Lagerfeuer das fliegt eigentlich nochmal sitzen alle am Lagerfeuer um Schießschall hä irgendwie hängt dann falsch am Fest ein scheiß auf so weit wenn ihr sagst oder wenn ich will ich wenn ich immer doch wohn mal so geht wieder alles klar so wir liegen hier rum ja ja ich bin jetzt ich bin jetzt das wird beim Tauern und wo beim Tauern ich würde ich jetzt ich bin jetzt im Tauern drin jetzt nicht oh man ich war grad schießen es ein Scheiß willst du liebe Kinder macht das nicht zu Hause nach ich werde beschließen die meisten bitte nicht so viele die sollen nur Kuh umschubsen umschubsen so Sieger das ist eine Pädophil-Waffe auf dem Boden das ist eine Pädophil-Waffe auf dem Boden die Pädomie Pädophil-Waffe pädophil-Waffe schießt er ist kaputt er halt aus Haschnuff und Problemen er mag die Kuh nicht wo auch kein Hitler er hat gerade auf uns geschossen ich nenne Alter aber sicher ist er machen das ist die er erinnert auf den Zobie er hängt da hinten in dem Gras ach da bist du Köln Graf da kommt Karte da kommt die Hafer einer Scheißen was das Kost ja ja ein Gasgras ich war schneller Kaskar Krasis Krasta Krasis Krasta Krasis Krasta ja klar ich will nochmal auch ich habe auch das Bandage das Bandage oh jetzt hast du die Schurgegeier oh wer kommt aus dem Hangar raus oh ich schwarzer einer Schäuze auch ja genau so okay verdammt ist kein Strand dann macht die luden da hinten über die Kuh aus oh mein Gott das sind Tierständer überdacht man in der mikrofile Tierständer also auch nach über die über Prozent 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 Bede geübt die Gäste Gäste alles in Zeitlupe er war gut wo sie dieses nordwestliche Lager gefunden haben dann nördliche im im Norden Lager gefunden von dem Lüge ich auch nicht ich kann mal Werner fragen wochen nur ein Lager gefunden erfragen werden erlose der Lager für uns ist wir wollen doch nur wissen ob das das richtige war ich wollte er in ich war auch noch nicht auf dem zombie oder soll ich da tun oder ich schieß mal, ich halt einfach mal die Menge rein, mal komm auf irgendeinen Treff einfach die Menge, am besten mit der MK, ne? ich schieße doch an meinem G, was willst du? ja, ja, ich schieße auch um mich, du! schieße auch um mich, Alter, du hattest du? halt, ich über das linke da bin ich mir im linken dran also soll ich da mal Wernerchen fragen, oder? mach doch, mach doch weil ich muss jetzt eh was essen und gehen dann eh offen, guck mal, am besten hast du nicht grad nach der Seite gebückt, das darf man in den Sie nicht machen weißt du, was denn passiert? wenn ich mir jetzt hier auslock, muss ich mir dann das irgendwie abholen weiss was, wir setzen uns jetzt erstmal eine Runde hin, oder wir steigen jetzt ein ich würde sagen, wir steigen ein so, ist gut, ich setze mich nicht in den Piloten heute mal ist gut, ist gut boah, Jürgen, der Leidensteck, ich hätte voll draufholt schieße ich auf! schieße ich auf! schieße ich auf! schieße ich auf! schieße ich! da sind sie zufrieden da sind sie zufrieden da sind sie zufrieden lol ah, verdammt der schwarz ist wieder neben mir wieso hat er eine blaue Fresse, Alter? da hat er zu viel Gemlights gefressen, oder was? wohin? wollten wir nicht Harlem Shake im Lager machen? ja, genau ok, soll ich mach denn hier mal ab Schlussstrich so im Lager such das klar, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen eh, haut rein!